Praktisch, weil wenn man das Handy in der Hand hat, sieht man es halt gleich. Das ist eine gute Idee, weil hier in der Unterführung gab es schon öfter Unfälle. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, weil wenn man dann natürlich runterschaut und es blinkt, also gerade das Blinken, glaube ich, ist ziemlich auch...